Musik So, wir haben es jetzt hier, ca. fast 2 Uhr schon und ich gehe jetzt mal hier ein bisschen durch das ganze Schlachtfeld durch Also, das ist wirklich Wahnsinn, ja, was haben wir hier? Das ist die Penthouse, ja, das ist die Penthouse Für das fettes Gerät Reunite Das war die Rowdy Ja, war die Rowdy Shock Attack Wahnsinn Noch eine Ring Rocket Nochmal Geil Ja Sieht schon echt ganz schön geil hier aus Wahnsinn Ah hier, Crying Wolf Ja, der fette Batzen War mega, mega geiles Silvester Ja man, war nice Auf jeden Fall Ich hoffe es wird nächstes Jahr wieder so geil Unser Platz wurde leider auch schon aufgeräumt Liegen nur noch ein paar Schnipsel rum Aber sonst einen ganz großen Batzen und alles weggeräumt Na ja, jetzt ein bisschen Schaue mal gucken Vielleicht findet man ja noch das eine oder andere Gucken wir mal an Ja, hier steht noch ein bisschen was rum Ja, hier steht noch ein bisschen was rum Zum Beispiel auch noch eine Nico Whistler Und hier ist noch ein nicht geknallter Silberkracher Ja Heja Das ist komisch Ja Das ist nicht hier Hallo Ja Alligator Ja Ja, das gibt's ja immer Geht der weiter? Ja Komet Komet Irgendeine Pfeifbatze Komet 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 Sieht so aus Warte, ist das eine Techno Flash? Ne, eine Vibe Okay Ja, die hatte ich auch mal so Das ist noch ein Vogel Das wäre Veko Sonnenvogel Achso Naja Was ist er denn? Veko Ja Naja Hier liegt auch noch Irgendeine Komet Batterie Überall Komet Echt so, ey Da ein Büro Dragster Tracks Da Ja, da zieh dich mal eine Wego-Rack-Klitzelina Ja, da zieh dich mal eine Wego-Rack-Klitzelina Jawohl Hier sieht man auch mal wieder, das ist eine Bombette Dass es hier so eine Scheiß-Bombe ist, weil Sonst wird's ja die komplette Hülle zerfetzen Ja Muss man ja selber wissen Ich kauf nie wieder eine Wego-Rack-Klitzelina Das hat auch seinen Grund-Rack-Klitzelina Hier wird's schon interessanter Ja, hier auch nochmal Ja Helios Helios White Devil Weko Helios Was sind die denn aufgeregt? Hier eine White Devil Hier Van der Smoke Ja, das ist von uns noch Die ganzen Rölis Ja Was ist da hier? Was ist da hier? Was ist da hier? Was ist da falsch? Die große Feuerringe Schön Mhm Mhm Nein, 20. hier Oh, Miku-Feuerringe Wille Sache Mhm Und? Ja Haben wir noch was? Ja Ein bisschen FKW Die waren geil Die waren richtig geil Die waren richtig geil Auch richtig oft gefilmt Ach ja Wir schnipsen von einem TheKing Oh ja Tatsache Ist auch geil Hier, Leute ThunderKing Definitive Empfehlung Leute, tausendmal Na ok, ich übertreibe ein bisschen Aber die sind Größtenteils eigentlich besser als Nico Flashbang Und ich rede jetzt nicht von den aktuellen Also diesen neuen Und von denen von letztem Jahr Das ist unfassbar Also glaubt mir, wenn ich das sage Meine waren richtig gut Hier ein schöner deutscher Kanonschlag Hier, noch eine Beko-Rakete Eine Matteo Helios Helios wieder Den Helios, ja Hm Sehr weiß Fragen über Fragen Kann ich mich auch noch angestiegen? Ja, ja tatsächlich Gehen wir mal hin Ein Blitz Dreischlagbombenfüllung Wieder Helios Komet, ne? Ne, Veko Ey, das ist eigentlich cool Diese Sache ist schon Komet, Alter Weil hier Krieg Komet Oder? Ja, Komet hier Das, ja Das ist Komet Ja, Leute Das ist Komet Chinabella A Das ist Komet Das ist Komet Ja, das ist Komet Oh, ja Ja, hier haben wir zum Beispiel ein Walkie-Talkie Ufff Ufff Hehehe Oh, ja Chicky Chicky Oh, ja Öli Ja, das sieht aus wie aus dem Alten jetzt Das Komet Superstars Mit Päusen Das hier Chrysanthem-Fontäne Ja Kleiner Flitze Feuerstein Kleiner Flitze Feuerstein Wie fein aus Und hier Ne Rowdy, ach Guck mal, die Rowdy ist ja geschrumpft Ach, Gottchen Ist ja süß Wie so Komet Ja Hier ne Päusen Päusen, ne Lasern wir auch hier Ach cool, der Firefighter Firefighter Die haben Party sich die kaufen Ja Hellzauber Hellzauber, ne Ja Die Cakebox Der Firefighter Ist so ne Ja Hallrounder vom Lidl Naja Gucken Ja, vielleicht laufen wir das nochmal Jetzt gucken So, hier Ist ne Bloody Mary No way No way No, no, no way No, no, no way Ach ob Ne Brutus Ja, geil Ja, geil Und hier Auch ne Bloody Mary Hier Hier Veko Gold Rakete Gold 1 Gold 1 Ja, ja Verpackung, ne Ja, was haben wir hier? Mit ne Ocean of Lights Ich seh ein langweiliger Ocean of Lights, ne Mhm Zeig uns dein wahres Gesicht Und hier noch so No Ah nein, Pyro Web Eingreifung Nein, nein, nein Oh ja, tatsächlich Pyro Web Ah Leute Was? Da steht denn oben Ich kann das gar nicht lesen, wisst ihr, was steht da? Was? Bomb? Keine Ahnung, ich kann mich lesen Auf jeden Fall fettes Kaliber Ist was drauf? 20, 25, 30 Wird bestimmt locker 50 Euro gekostet haben Dominator Dominator War bestimmt heidenteuer Bei dem Top Hier ne Calimbo Aus dem Bombetsche Set bestimmt Aber interessantes Kaliber, ne? Jaja, aber heidenteuer hast du ja gestern Ja Naja, bisschen was liegt hier rum Überall Tja, meine Batterie wird langsam schwach Deswegen werde ich wohl das Video bald beenden hier Naja Das war's mit Silvester Schade, aber Es kommt ja wieder In einem Jahr Ja Nee, verbund Wie sieht die Lille aus? In der Lille, schön Mhm Wer sagt? Ja Blindgänger Oh, hier ist sogar noch Lunte dran Auch gut Auf Wiedersehen! No Auf Wiedersehen! Bis zum nächsten Mal.